Ich will aber nicht gefilmt werden, wer hat euch das erlaubt? Wer erlaubt euch mich zu filmen? Wer erlaubt euch da, ist immer ruhig! Beruhigen Sie sich, setzen Sie sich wieder hin, beruhigen Sie sich! Ich will mich aber nicht beruhigen! Geben Sie mal einen Personalausweis raus! Personalausweis? Scheiß gebe ich dir, gar nichts gebe ich dir! Ja, dann müssen Sie mit zur Wache kommen! An dem Scheißtag heute! Ist doch die Situation nicht noch schlimmer? Ihr seid doch gekommen, hier lasst mir doch meine Ruhe nicht! Ich bin ganz friedlich hier! So, geben Sie uns jetzt einen Ausweis oder nicht? Ja, gebe ich euch! Dann habt ihr wenigstens eure Ruhe und ich hab meine Ruhe! Dann, wo ist der Ausweis? Hinten in der Hosentasche! Langsam rausholen! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay!